Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead Space 3. Ja, wir spielen, ja, weiter. Ja, weiter. Also die Coop-Kampagne. Ja, ja, das ist ja wohl... Okay, Leute, alle mal zuhören. Vor 13 Tagen haben Agent Ellie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis wird, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Na gut, probieren wir. Wir probieren alles. Wir wollen euch alle hätten. Ich gucke doch echt von den Weintasten im Haus durcheinander, komischerweise. Kommt noch, kommt noch. Ja. Man kann ja nicht so gut sein wie ich. Ja, okay. Deswegen verkacken wir auch. Da geht's... Auch weiter. Mal reinkommen. Okay. Jetzt sollten wir uns sogar hin. Loll. 15 Sekunden bis zum Ziel. Standbar bis zum D-Shock. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in... 5... ...4... ...3... ...2... ...1... ...2... Oh... Und zu wenken ist das? Ein Mond. Darunter sehen wir die restlichen davon. Hallo. Ich sehe es! Stabwas. Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Vorher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Elly's Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte ehrlich sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Park? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! I'll leave you inside. I'm high-tech over 90. Es geht nicht. Oh. Lois! Oh, Isaac! Oh, verdammt! Helfen Sie mir! Hier! Nehmen Sie die Verkleidung und stoppen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Körper! Wo finde ich einen EBA-Anzug? Körper! Da runter! Nett. Schlechter Pilot, würde ich so sagen. Helfen Sie blinden! Das war ein EBA-Tipp! Gravitatioon! Gravitatioon aktiviert! Alter, jetzt weckt er da noch mal hier. Stierbkartoffeln! Ich glaube, ja, aber du glaubst mir die DOS. Okay, das ist mein P2-Anzug. Ah, das ist mein P2-Anzug. Aha, das ist ein P2-Anzug. Okay, das ist mein P2-Anzug. Das ist mein P2-Anzug. Das ist mein P2-Anzug. Das ging aber schnell mal wieder, ne? Ich lebe! Okay, okay. Ist gut. Tja, jetzt habe ich meinen Helm. Der Raum ist verschlossen. Und jetzt, ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen! Okay, was ist das? Okay, ich bin jetzt ein bisschen... Geflasht? Ja, hier regnetiert. Oh, das ging ja. Ich glaube, wir fliegen einfach mal zum Pfeil da. Okay, ich kann den Raum sehen. Roten, Lok, halten Sie sich fest! Pfeil, ich bin jetzt... Da werden wir von der Eudora weggestreckt! Alle suchen sich was zum Besthalten! Hä? Ich habe dich gerade recht verloren. Ich habe dich auch verloren. Äh, der Pfeil? Äh, wie war das nochmal mit dem Hut? Das anzeigen lassen? Mit dem Hut das anzeigen lassen? Ja! Sag doch schnell! Den Weg anzeigen! Äh... Die rechten... ...rechte Stickreife warst du. Also, das hier gerade. Da muss ich ja... Ach, da wirst du auch! Irgendwie... Ach! Ah, mein Kopf macht das nicht... Yeah! Ich finde das gut! Aber... Jetzt hat sich was getan. Ja? Nee! Ja, also, ja? Na ja, muss ich auch noch drücken? Ach, da! Äh... Wie war das? Äh... 10... Und... E! Ja, die Dinger habe ich da gerade weggemacht! Ach so! Also, oder... Ja, auf der anderen Seite ist das glaube ich auch, oder? Ja, echt! Oh, mein Kopf! Äh... Äh... Muss nur sein! Ah, warte, warte! Was steht da? Was steht da? Ausklicken! Ja toll! Was muss man? Ja, muss den Schalter drücken! Hahaha! Alles klar! Jo! Entschuldigung, Dingerichter und wer! Mach dir mal nie so dick! Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern sie in meine Lichtung! Ich kann sie fast erreichen! Oha! Äh... Aua! Dein Partner ist gestor- Okay! Ich bin leichte Schieflage gehört! Du hast schon immer eine Schieflage gehört! Du hast schon immer eine Schieflage gehört! Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern sie in meine Richtung! Ich kann sie fast erreichen! Ich kann sie fast erreichen! Uuuh! Oha! Ja, hier kann's nicht verlangsamen! Ach, komm! Alter! Ich... Ich weiß es nicht! Ich glaube ich kling mal höher! Also vielleicht... Ja, ich glaube den Teil schneiden wir raus! Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern sie in meine Richtung! Eventuell? Ich kann sie fast erreichen! Oha! Oha! Miene! Alter! Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Ach! Ja, jetzt... Jetzt... Wo fliegst du dahin? Fliegt aber relativ hoch! Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern sie in meine Richtung! Oder ich weiß nicht, ob was anderes ist, aber... Uuuh! Miene! Alter! Ich weiß nicht, wo ich dahin soll! Okay! Tut mir leid! Ich war jetzt oben, unten? Keine Ahnung! Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern sie in meine Richtung! Erstmal! Ich kann sie fast erreichen! Uuuh! Miene! Zerminen! Bist du? Geht doch! Wow! Oben längst! Okay! Hab mich zwar hoch erwischt, aber das ist ja egal! Uuuh! Mariset! Wo sind Sie? Ich komme! Hassen Sie durch! Kann sogar Bus geben! Uuuh! Bitte! Wupp Wupp! 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 Wuh! 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 Komm! Zur Box! Mit ein bisschen Boost sieht man ein bisschen mehr wie ich finde! So! Felix! Sehr geil! Was? Ach! Felix! Na ja, du musst es auch mal! Du hättest nicht Boost sagen dürfen! Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern sie in meine Richtung! Wo? Ich kann sie fast erreichen! Wuh! 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 Warte! Alter! Wir schneiden's definitiv! Wuh! Ja Leute! So macht das Spaß! Ich kann sie verlangsamen! Steuern sie in meine Richtung! Ich kann sie fast erreichen! Ich kann sie nicht mehr! Wiener! 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 Ja! Ja, hab ich's geschafft! Äh! Schluck deine Medikamente! Was? Also, immer B! B! B oder Y! Ich komme! Halten Sie durch! Also B für BD Peck! BD Peck! Okay! Kannst du bitte nicht im Weg fliegen? Ist ja schon so... Wuh! Wuh! Alter! Ich hasse so! Ganz schlecht für die Optik! Hey! Vorsicht! Vorsicht! Ich kann nicht drumrum steuern! Dann brechen sie eben durch! Oh nein! Oh nein! Rande an die Kiste! Rande an die Kiste! Ich hab's! Ich hab's! Bringen Sie es unter Kontrolle! Ich bin auf vollem Schuh! Wir haben eine Schöpfung! Riesen klar! Okay! 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 Das war's! Himmel! Das machen wir lieberlich nochmal! Schaffen Sie es zum Pracht-Doc! Ja! Glauben Sie es Luft-Anzeigen? Das schaffen echt keinem Zeigen! Der XSOS kommt irgendwo von drin! Ich hoff's also! Unseren Zuschauern! Haha! Ich glaub beim dritten Mal denken sie sich... Ist sie doof? Ja! Ein bisschen! Ein bisschen mehr! Luft-Anzeige zeigt beim Eintritt in ein Vakuum... ... ... ... ... ... Wenn wir so nicht aktivieren! Ich glaube da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür! Sehen Sie! Ja! Mal sehen, ob ich reinkomme! Ah Flasche! Was ist? Äh, Alter! Saum mehr Staub! Aha! 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 Musst du... Also anvisieren! B drücken mit deinem Zauber! Ah! Oh! Ich glaub ich hab's geschafft, ja! War ich das? Ja, hast du geschafft! Das ist schön! Geh rein! Achso! Linker Stick! Alter! Ich dachte jetzt kommt irgendeine Videosequenz oder was! Okay! Nein! Man muss sich auch mal selber bewegen! Grundstaub! Und eine Spur von Ellie? Nein! Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier! Ich versuche die Frachtlupen zu öffnen! Augenblick! Ja, weg! Okay! All is lost! Also für dich, alles ist verloren? Ja! Hier ist ein Stück... Was? Schwerer... Fuck! Standardfarm? Hä? Ja! Hast du eingesammelt oder was? Ja! Ach, okay! So... Teile bekommen wohl alle dann! Ja, warte mal! Wo hast du ihn gefunden? Hier, hier, hier! Da! Da auf dem Boden! Wo ich hinschucke! Okay! Da hast du ihn auch! Guck mal kurz in mein Inventar! Ah ja! Ja, ich krieg ihn auch! Alles klar! Okay! Hoffentlich! Schrot! Ups! Verdrückt! Panik, ey! Ja, genau! Wann auf! Ist okay! Ah! Was soll man mit den Kisten machen? Äh... Keine Ahnung gerade! Das Atmen fällt immer schwerer! Hier! Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können! Mark ist schon ganz blatt! Ich kann die Blutung nicht stoppen! Nein! Kommen Sie zur Tür! Ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen! So! Kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir! Okay! Darf ich wieder reden? Achso! Ah! Hallo! Hä? Ja? Hallo? Talk to me! Hi, Captain! Da wohnt in der Ananas ganz tiefe Meer! Nee, 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 übertreiben nicht mehr. Gibt's hier noch was? Achso. Ah, hier geht's hoch. Hast du das gefunden? Ja, lag hier auf dem Boden. Alles klar, keine mit. Ich bin mal hoch. Leider vom Partner blockiert. Entschuldigung. So, jetzt muss er aber rechnen, na? Oh, ist ja immer besser. Ja. So, was wird das dann noch schönes? Ich wäre ja nur so, auch einer, der sammelt gerne ein. Das hast du schon immer gebraucht. Ressourcen. Hauptsache, Klauen sammeln. Ja, natürlich. Leider vom Partner blockiert. Partner blockiert, ne? Platz. Mann, bist du fett. Okay. Dann geht's weiter über. Da musste man sich auch waffen, craften und sowas, ne? Ja, genau. Irgendwie so war das doch. Wenn du nichts nicht gut siehst, ist dein Ziel. Ich habe gute Augen, im Gegensatz zu dir. Ja, Exekution. Sagen wir es nur so, ich habe... Nur sobald man sich um 360 Grad drehen kann... Kein Gottes Zeichen. Was? So was geht? Also ja, so dieses räumliche Sehen ist... ...defekt. Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shop geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Nein. Bitte nicht. Können wir das gebrauchen? Ah ja. Angesammelt. Terminal. Das war's. Da ist noch eine Bank im gleichen System. Eine Bank, mit all den Teilen, die hier herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Natürlich, ich habe eine Waffe hergestellt, hallo? Hä? Hä? So. Waffen. Ich habe da meine Waffe hergestellt, okay. Tesla, Kehr. Weiter, schwerer Standort. Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt eben ein Quit. Und wir foxen uns da so ein bisschen durch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.